So, hallo zusammen. Da ist der Berg, da wollen wir hoch. Dieses Jahr waren wir da noch nicht. Ne Cora? Riederhorn geht's. Von der Riederalp sind wir gekommen. Da war ein schöner Spielplatz. Und jetzt geht's hier hoch. An der Villa Kassel scheinen fest zu sein. Mit Alpräumenbläsern. Leitschirmflieger. Und wir gehen weiter hoch. Da ist die Bellealp. Da oben ist ein ganz leichter 3000er Sparhorn. Cora, da warst du auch noch nicht oben. Geht's hoch. Letzten Meter zum Gipfel. Du hast viel Blaubeeren gegessen. Hallo Cora? Hier sind wir auf dem Riederhorn. 2230 Meter. Hochgewandert? Ne, du bist nicht gewandert. Du wurdest getragen in der Kraxe. Da ist das Gipfelkreuz. Da drüben sind Gleitschirmflieger. Schöne Bettmachorn dahinter. Schöne Aussicht. Da ist das Matterhorn. Leider in Wolken. Ein bisschen wolkig heute. So, wir waren übers Riederhorn. Rüber. Die ist dabei eingesprachen. Kurz nach dem Gipfel. Mann, war doch müde. Und... Da, das Sparhorn. Und hier geht der Weg schon lang. Sonne nach Sonne. Und hier geht's.